Hallo, ich bin Joachim Kretzer. Viele kennen mich auch unter dem Namen Dr. Torben Lichtenagen aus Rote Rosen. Damit ihr mich mal außerhalb der Rolle seht, ein kleines About Me. Ich bin geboren in der Schweiz, aufgewachsen bin ich aber in Bonn, deswegen kann ich dann auch den Dialekt. Mein Handwerk habe ich in München gelernt auf der Schauspielschule. Ich kann das auch tatsächlich. Ich bin Old Shatterhand gewesen bei den Karl-May-Festspielen, in Rosamunde Pilcher ganz oft gemacht, Rosenheim-Kops etc. pp. Eine ganz große Leidenschaft von mir ist alles, was mit Wasser zu tun hat. Segeln, Motorboote, Tauchen. Viele andere Sachen kann ich auch. Motorradfahren zum Beispiel. Ich habe einen Kettensingschein bei der Hauptbösewicht in Ralswig bei den Störteböcker-Festspielen. Wenn Sie mich in weiteren Rollen sehen wollen, Anruf genügt.